Herzlich Willkommen zu Satisfactory im Community-Projekt. Ich bin der Typ mit dem Bart und ich bin diesmal nicht allein. Ich habe angefangen. Du musst es natürlich beenden, ist klar. So seid ihr soweit? Könnte mal der Koffer hier vor mir, der Rollende, bitte aus seinem Auto aussteigen? Das ist dieser Küjo, was auch immer. Maurice. Ich wollte noch einpacken. Wessen Karre hast du dich geklaut? Ihr schwarz ist es meine. Jetzt ist der auch, ey. Da hätte ich auch noch ein BWL-Studium anfangen können. So, sind wir soweit? Seid ihr soweit? Ich schwenke seit 2 Minuten. Gut, dann geht's los in 3, 2, 1 und Start. Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Community-Projekt in Satisfactory. Ich bin der Typ mit dem Bart und ich bin nicht allein. Hör auf, dazwischen zu quatschen, Mann. Neben den üblichen Verdächtigen, also das ganze Graffel, was die letzten Folgen schon überall dabei gewesen ist, haben wir auch ein paar neue Rekruten zu begrüßen. Und zwar haben wir da den Aronos. Das Teufels-Den oder das Teufels-Kind. Dann haben wir noch den, kann ich nicht aussprechen, den Maurice. Nein, den Maurice, genau. Nein, den Maurice. Ja. Dark Leupe haben wir dabei, aber den kennt ihr ja aus der letzten Folge schon. Genauso wie den Skyyyei. Und Deka, Beutel, Robin, auch alle mit dabei. Wer leider nicht dabei ist heute, ist die liebe Lola. Die hat es leider gesundheitlich etwas dahingerafft. Von hier aus erstmal gute Besserung von uns allen, Lola. Und ja, ich denke mal, wenn die Folge live gehen wird, wird es auch wieder dabei sein, sonst wird die wieder gut gehen. So, was machen wir heute? Dadurch, dass wir die neuen Rekruten mit dabei haben, haben wir natürlich erstmal ein paar Geschenke, die wir überreichen möchten. Robin hat gerade irgendwie wieder eine Zwangsneurose. Der ist Dauer am klatschen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hat er so gemacht, den Router-Move zu machen. Ach so, ja. Ja, okay. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir die Geschenke überreichen und dann teilen wir uns auf. Genau. Kannst du ja schon mal die Jungs runterführen zum Lagerbereich? Ja, Moment, Moment. Bleibt mal alle da stehen. Ich helfe euch runter. Der Lagerbereich. Ich würde schon mit Dark Leube schon mal einen anderen Channel wechseln, sonst wundert sich die Zuschauer bestimmt, was hier los ist. Stimmt. Ich schieb sie runter. 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 Ich schieb uns mal, ich schieb uns los. Oh, ja, ich schieb uns los. Aber langsam. Ohne Vaseline. Ohne Anlauf. Richtig schön trocken. Hab die Gleitcreme vergessen. Totgeleit. Die liegt noch in der Schlucht, wo dein Explorer rumliegt, ne? Ja. Der liegt in uns. Ganz kurz noch, ganz kurze Info für meine Zuschauer. Ich habe Aufnahme gedrückt. Ich wollte es nur sagen. Ja, ja. Siehste, ich habe gar nicht gefragt. Ja. Ja. Also wenn die Zuschauer jetzt jetzt nicht gemerkt hätten. Dann hätten sie irgendwelche Wahrnehmungsstörungen, ne? Ja. Außerdem natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße an die Zuschauer vom Aronas. Der ist nämlich auch ein YouTube-Kanal, sozusagen. Hallöchen. Total bekloppte Runde. Wir sind hier schon eine ganze Weile machen und der Aronas ist jetzt nachträglich reingehüpft aufgrund von zeitlichen Problemen. So sieht es aus. Ja. Und natürlich ist der Aronas jetzt auch mittlerweile verlinkt. Dann unter den jetzt aktuellen Videos dann den Link mal nachher nochmal rein für die anderen. Ähm. Sodass das dann alles wieder seiner Wege geht. Äh. Geschenkeverteilung. Ich übernehme mal ganz kurz. Ja, ja, ja. Ich übergebe das Wort. Maurice Teufels geht Aronas, bitte mal hierhin kommen. Wo ich jetzt stehe. Und hüpfe. Hier. Ich fang einfach mal bei A an. Aronas, Tor 1, 2 oder 3? 3. War das jetzt 2 oder 3? 3. Alle guten Dinge. Nein. Dann komm mal mit. Die anderen dann da. Jetzt honk. Der honk. Du gehst hier ran, drückst E und sagst nichts dazu. Muss ich eine Waffe ziehen? Lass es sich in Ruhe angucken. Nein. Ja, hoffentlich hast du eine gute Krankenversicherung. Scheiße. Daran hätte ich auch mal denken können. Aber versuch die mal hierher zu kipen, die Viecher. Ähm. Kannst du mir den Kai dahinter stellen? Der Endgegner. Der echte Endgegner. Der D ist im Alphabet wäre M wie Maurice 1 oder 2? 1. Moment. Moment. Robin. 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 die kette kann man aussprechen dass sie kann man nicht aussprechen dass man erst moris kommt trotzdem vor dem team ja aber er ist moris so hier ist nur 1 bitte drücken nichts sagen reingehen so 21 oder 22 22 und was machen frauen kinder ein gehen haben welche frauen kinder weiß ich nicht nur toll betreiben hier wie gesagt welche frauen kinder ja gut wohl nicht überraschung jetzt hat gewinn geworden ihr könnt auch mal hinten rein gucken in die explorer ihr habt eine grundausstattung bekommen von fix ist die firma hier fixen lcd ich arbeite für robin aber das ist immer gegen mich ich arbeite immer für dich also ihr habt dessen grundausstattung da also ist vor ihr tag und so weiter sofort ihr habt auch die besprechen die grundausstattung wie das exoskelett die armierpistole den bäscher und so weiter und so fort kleinigkeit habe ich noch vergessen auto abbauen sollte man ja nicht oder das ist so festgepackt abstand machen jetzt abgebaut nicht sicherheitsabstand nach oben gehen so und natürlich wieder einmal tagsüber aber es geht nicht anders so diesmal habe ich keine grafikkarte springt hoffentlich hast du auch noch zwei raketen gehabt wir haben nicht mehr so viele raketen ich weiß nicht wie viele zuschauer noch mitspielen macht du hast aber da müssen wir wieder mehr geschenke sammeln und erst mal wieder die ganze weihnachtsproduktion hochziehen und wir haben jetzt bloß noch acht tage zeit dafür wir sind nämlich am 12 ersten in der erford-produktion ja da wissen ja was die neuen zu tun haben die dürfen nicht wieso geschenke sammeln können ist vorhin verboten worden explizit und das ging ganz klar richtung teufelskind ja nein ich darf nicht bauen geschenke sammeln darfst aber sie sich auch verarbeiten ist so eine andere frage bevor wir jetzt wieder hier zehn minuten einfach nur labern wieder sehr produktiv sind 26 minuten oder so team aufteilung ich habe vorhin ganz 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 behoben ganz ganz kurz vor wenn du hast doch noch äußerst dämlichen flach wird sie und nun soll sie nicht zeigen oder ja hier unten die dunkle kammer du weißt schon kann man schon erkennen sie ja noch gar nicht ja okay kommt man mit also eine kleine führung doch zum einen hier ganz wichtig schredder container was geschreddert werden darf und was nicht findet ihr auch im lager noch mal ausgestellt weil es gibt sachen die können gar nicht erst geschreddert werden und dann steht die ganze kette da stehen hier könnte aber sowas wie baumaterial verein schmeißen wenn euer inventar maßlos überfüllt ist und ihr gerade mal auf die stelle des lehrbeeren volt schmeißt da rein und los geht hat ansonsten kabel turbo draht ist ausgeschildert und die anderen container hier drüben beinhalten die anderen momentan automatisiert produzierten baustoffe also ihr müsst euch kein kupfer mehr vom förderband klauen lieber moris sondern ihr könnt dann halt das jeweilige produkt daraus schon nach ausnehmen beziehungsweise hier sind sogar noch intelligente beschichtungen drinne da hat er schon mal so hat sich das eine das nächste ding wäre das habt ihr schon rausgefunden hier drüben habt ihr auslösungswerkstatt das man das man wiederum ist ja dann für die am wichtigsten weil der ist unser verrückter wissenschaftler ist die festplatte hier schon drin hier ist noch nicht wo runter ich bin schon unten er ist draußen beim baustoff lager steht mir gegenüber ich komme echt mit einem das ist schlimm was hast du da für mich schon lkws bauen ja ich zeigte anders an es wäre sehr praktisch wenn ihr euch nicht absichtlich in die quere kompo risikate vorhin schon was gesagt was öfters mal zum spiel absturz wird nächste führung wieder dann halt die dunkle kammer da kommen wir am besten glaube ich hier lang ja bitte alle mal zu mir kommen die neuen linge die hätten da wunderbar ich muss doch nicht noch mal mit dabei sein ja ich war es beim letzten mal schon nicht mit sich aber gut gelacht dabei ja weil ich ein netter mensch bin also ohne was zu drücken kommt ihr schon mal direkt vor die tür am besten macht er die lampen aus so schön auf die tür gucken so flach siehst du das schon wieder drüber aber ist einfach so dämlich ist es geht da nicht rein dass ich das kannst du kannst da nicht wollen der robin hat was mit akum falsch verstanden glaube ich das ist einfach der flachwitz jetzt machen wir aber wirklich team bildung also ich habe auch auf aronos gehoben weil ich habe den aronos rekrutiert sozusagen und er der decker und der sky wir hatten ja letztens zusammen mit am kohle kraft herkommen dann hüpfen wir einfach mal in team 3 und da am besten hüft jeder für sich weil das konnte manchmal so ein paar probleme wir bleiben dann noch übrig moris genau die beide hast du dann heute mit dabei als verstärkung anstelle von lona war die ja heute leider nicht dabei sein kann ja leute ihr wisst aber schon dass ihr da ein große fußstapfen tretet ich bin hoffentlich bereit dafür ja dring dich an und ansonsten was die kreative umschreibung was die kreative ausbreitung angeht kai vertraue ich dir voll und ganz solange es nicht pink ist das weiß man außer du willst einen speziellen parkplatz und pink fern weil es dann deiner ist kannst du gerne machen das ist eine steile idee danke dafür okay wir hätten jetzt runter decker aronos sky so aronos auch noch okay dann sind wir jetzt wohl komplett die tut die komplett wie sieht es bei euch aus mit erfahrungen satisfactorie habt ihr da schon welche ja ne ja aber ich muss jetzt hier grundlegende funktionen oder so muss ja nicht mehr erklärt werden also okay alles klar okay also ich hatte letzte woche hatte ich hier angefangen mit lona die die garage zu bauen da steht ja da oben und wenn jemand kommt man kommt man einfach mit hier in die untere etage und da ist hinten ein ausgang und dadurch dass wir jetzt noch mehr leute sind ist die idee noch ein untergeschoss darunter zu bauen lässt sich ja wunderbar machen und ich würde sagen das ist tatsächlich was was wir heute mal angehen wahrscheinlich wird es auch nicht alle drei folgen dauern die wir aufnehmen sondern nur eine oder oder dass mal zwei sein ja wie gesagt einfach ein geschoss unten mit dranhängen das heißt wir müssen da oben wo wir gerade runter gegangen sind müssen wir ein loch im boden reißen ausgerichtet da wo die lona sitzt und machen dann den zugang dass es auch noch eine tiefgarage gibt so weit ja soweit klar ich denke schon dürfte ja eigentlich kein kein großes ding sein welche fragen das sollte eigentlich kein thema werden okay also ich würde es tatsächlich auch so gestalten wollen wie es da oben schon ist auch mit den glas wenn es sei denn ihr sagt ihr habt immer noch eine andere tüfte idee dann dürft ihr euch natürlich auch vollkommen damit einbringen also wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal so ein bisschen ehrlich sein darf wenn du sagst tiefgarage heißt das für mich nichts fenster schwarze wände schwarze wände oder graue wände ist okay ist okay lass mal machen einfach ausprobieren die kiste für lola hin und bringst sie um die ecke ja ja mache ich den schuh ziehst du dir ein ja 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 alles gut sie ist ja nicht anders gewohnt von mir guckt ihr schon mal nach materialien was ihr braucht und sammelt euch das schon mal zusammen ich hole mir schon mal beton oder wolltest du eisenplatten nehmen doch ist die frage ja eigentlich würde eisenplatten oder beton nicht so wichtig den spaß den wir uns allerdings doch gönnen könnten theoretisch also das war eine überlegung oder ich hätte den vorstieg wir bauen das komplett aus klar keine keinerlei betonplatten da wirst du ein problem mit dem boden kriegen warum weil die glasböden die haben ja so einen rahmen so ein gestell und wenn du das ja wenn du das aber über dadurch dass es rund ist glitscht das ja ineinander rein und dann dann überlagern die glasböden so also das gestell davon und das ist voll wie doof am flackern ja das ist halt eher nicht so geil deswegen deswegen haben wir das hier auch nicht gemacht weil eigentlich hatten wir doch auch den gedanken gehabt die sich so leider nicht umsetzen aber ihr habt doch gar keine glasplatten drin ne hier oben haben wir es gemacht in der oberen etage da ist so ein streifen mit glasplatten drin ach ja ich such schon hier hinten ich soll eine kiste für lola bauen du musst doch mal die ganzen filter alle ausmachen ohne filter weil dann siehst du auch alle bauteile ich brauch eine kiste für die lola ja gut dann machen wir auch tiefschwarz pechschwarze garage mit beleuchtung naja doch wie so wie so ein erdkett ist ja wie so die ich besorge mit zement und setz schon mal den rundkreis dran wie hoch seid ihr gegangen zwei wände ja die höhe ich würde erstmal nur eine machen jetzt nur eine runter gehen das wird mit dem buggy zu eng ja oder probier's aus ich versuche es mal auf zwei wände tief ja ich würde auch sagen zwei weil dann ist es identisch mit den oberen etagen weil die habt ihr auf zwei wände hoch gebaut bestimmt ja ne ich vielleicht sollte man vielleicht auch hier schon das loch rein machen ich muss mal gucken ob ich das von unten hinkriege oder ob ich mir eine zwischenetage bauen muss das müsste von unten eigentlich gehen ich muss jetzt mal gucken das sind die einfahrten für die für diese etage hier ne ich bin grad ich kann es grad nicht sehen ja ich stehe jetzt im prinzip rechts neben deinem loch das sind die etageneinfahrten für die ebene ne genau ich nehme den normalen weg nach unten das macht aber wenn ich da runterfalle hast du ein exoskelett an ja ja dann kannst du ruhig runterspringen ok ich falle boink ja leichter schaden hab ich mir auch grad hintacht gefühlt fast gestorben ähm gut jetzt kurz kurz mal frage nebenbei weg ähm machen wir dann auf rein betonwand ohne muster ja würde ich sagen äh können wir machen also um das eigentliche design da können wir uns dann nachher noch gedanken machen ja da kannst du ja noch genug rumspielen ich hätte standardwand in hellgrau die sieht schon aus wie beton muss man jetzt gucken ob ich so drunter der satz krieger ja nicht dass er da jetzt ins Bein geht äh ich krieg's aber nicht drunter druntergeglitscht ich brauche erst ne wand nach oben ich muss ich muss mich mal kurz hier bei dir irgendwie drunter setzen das aber nicht geht ok ich muss mich erstmal nach oben bauen da warum machst du das so weil die sind zu ruhig der darf nur die halben nehmen hier der ist zu stark so ja ich bin mal mit kleiner reisenplatten rund alles händisch umbauen. Ich kann mal die ganze Zeit machen. Hm? Bra. Nee. Ja, nicht wundern, ich mache hier unten gerade Türmchen bauen. Gut, also. Muss ich den Turm wieder abbauen. Lola ist weg vom Fenster. Sorry dafür. Kai? Yo. Kann es sein, dass du gerade schon die erste Festplatte durchgerannt hast? Ja. Weißt du, wie das funktioniert mit den Rezepte vergleichen? Äh, nö. Ach so. Okay. Ach so, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe hier Analyse von Festplatte abgeschlossen. Wähle deine gewünschte Belohnung. Genau. Und du kannst mit dem Mauscursor auf dem Endprodukt den Cursor draufhalten und öffnet sich das Originalrezept oder auch die anderen Alternativrezepte. Da kannst du besser vergleichen. Okay. Also, vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Oh, das weiß ich nicht aus dem Kopf heraus sowieso nicht. Ja. Aber wenn du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie praktisch im Sinne von, es gibt ja Rezepte wie direkt aus dem Eisenerz heraus schon Schrauben herstellen, da spart man sich die Eisenbarren und die Stangenproduktion als Beispiel. Sowas geht immer. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel solide Stahlbarren. Sagt mir gar nichts. Ich habe es nicht im Kopf. Okay. Wird gewonnen aus Kohle und Eisenbarren. Ja, musst du gucken nach Produktionsgeschwindigkeit und also wie viel pro Minute dann da verbraucht und produziert wird. Ich kann es dir aus dem Kopf heraus sagen. Ja, ja, ja. Es ist okay. Ich muss kurz selber überlegen. Ja. Guck in Ruhe nach. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, können wir ja auch zwischen den Folgen dann die Entscheidung gemeinsam treffen. Du kannst ja auch das Menü einfach schließen. Du musst keine Entscheidung treffen. Aber dann kannst du in der Zeit keine weitere Festplatte durchjagen. Ja, ja. Ich habe ja auch nur eine. Ja, die anderen sammeln ja bestimmt schon fleißig. Office. So. Ich habe wieder dazu. Alles klar, alles klar. Jo. Wozu brauchen wir soliden Stahlbaden? Können wir nicht solide Stahlbaden schon herstellen? Nee, gell? Naja, wenn du, wenn du, ähm, klick doch einfach, äh, halt mal deine Mauszahl einfach über die Stahlbaden drüber. Er müsste dir die Alternativrezepte anzeigen, die du mittlerweile hast. Habe ich gerade gemacht, da hat er mir gar nichts angezeigt. Ist natürlich, ah, Mist. So. Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wie ich hier am besten jetzt runterkomme. Ich muss ja eine Etage irgendwie jetzt zu tiefer mit der Bauweise hier. Ja. Aber er glitscht immer in die aktuelle Wand. Weil ich noch einen zu weit weg bin. Ach, jetzt, jetzt verstehe ich das. Also, alternativ macht er aus... Zwei Eisenerz? Ne, aus zwei Barren und Stahlbarren. Okay. Ach, und so kann ich das direkt herstellen? Ja. Ah. Genau. Du musst, du musst, äh, einfach einfache Variante. Im Endeffekt, du brauchst ja Eisenbarren, um Stangen und Schrauben herzustellen. Ja, 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 ja. Ja, und dann könntest du zum Beispiel halt aus, aus den Eisenbarren direkt Schrauben herstellen, ohne dass du diesen Zwischenschritt noch hast mit den, mit den Dings halt. Okay, jetzt habe ich's... Das fällt halt einfach weg. Jetzt habe ich's verstanden. Äh, dann würde ich sagen, machen wir die Stahlbarren. Klingt für mich gut. So, ich hatte aber noch was, was ich erforschen kann, und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder fast vorbei, ne? Ja. Da war die Folge ratzfass rum. Ja. So, ich habe die erste Wand, habe ich jetzt sitzen. New research available in the MAM. Ja, es wird jetzt... Ich muss mir die Dinger jetzt mal auch schnell baulegen, ja. Machen wir auch noch schnell. Ähm, geh mal unter Q. Ja, bin ich. Und dann unter Wände und dann nimm mal bitte die Filter oben raus. Du hast, äh, eins Wände stehen, da müsste Standardwand ein Meter in schmalen Streifen sein, vier Meter Standardwand, ein Meter Standard und den Rest siehst du nicht. Und wenn du jetzt so oben, wo diese Bausteine sind in orange, das umstellst auf keinen Filter, dann siehst du auch alle anderen Wände. Ja, ich habe es. Und das musst du aber leider Gottes halt mit, mit jedem Teil machen. New object added to the object scanner. Das Problem ist jetzt halt nur, dass wir jetzt erstmal komplett vier Blöcke nach unten bauen müssen. Ich muss erstmal vier Blöcke runter, damit ich überhaupt die Höhe kriege. Gut, äh, ich geh mal ganz kurz runter im Discord und sag dir mal Bescheid, dass die Folge zu Ende ist. Ja, mach mal. Hallo Bart. Ihr schlaft doch. Hier passiert doch gar nichts. Nein. Ich bin in deiner Höhle. Ich wollte nur sagen, die Folge ist zu Ende, ne? Quatsch, keine Soße. Doch. Warte mal. Warte mal. Aber immer erst diese Waffe weglegen, ist so beschissen, alter. Ach, gerade mal unten Bescheid. Warte mal. Jetzt. Ja, so ist schön. Hallo. 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 Ja. Kommt ihr doch gleich nochmal hoch, dass ich abmoderieren kann? Ich zieh die Leute grad runter. Ah, okay. Voll runder, Robin. Ja, wir haben dich grad runtergezogen. Voll richtig runtergezogen. Sei froh, dass nur runtergezogen und nicht runtergemacht wurdest. Ganz froh sein, dass nicht drangezogen wurde. Robin, wir haben grad Stickstoff, Stickstoffgas gefunden. Nice. Hightech. Aber weit. weit, weit weg. Und ich hab ne Sprengstelle gefunden. Irgendwo hier. Wir haben kein Dynamit mit, blöderweise. Oh. Okay. Okay. Ja, hättet ihr jetzt. Ach cool, dass ihr's doch gleich markiert habt. Horror. So, jetzt aber mal ganz kurz Klappe halten. Ich würd gern abmoderieren. Äh, hat jemand was gehört? Naaah. Ich hab so'n Piepen gemorgen. Okay, ihr kleinen Arschlöcher. Kai, 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 Kai. Ich hab nicht was du sagen wolltest. Ja, genau. Ne, hab ich auch nicht. Ich wollt einfach nur Tschüss sagen. Das war's für heute. Schaltet auch morgen wieder ein. Schönen Tag noch. Und Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö. Tschö. Heller. Ich will ja jetzt das Ding bauen und du bist aber schon fertig.